Wenn Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter. Guten Tag, mein Name ist Yegyeong Jong. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin eine Mezzo-Sopran-Sängerin aus Südkorea. Ich habe die vielen verschiedenen Prozesse der Oper als Oper-Mitarbeiterin an der Sungmyang Damen Universität in Korea erlebt. Danach empfand ich Freude, die Lolle des Carabino in der Oper, die Hochzeit des Figaro zu spielen. Darüber hinaus lernte ich Wald- und Sporttanze, um damals neue Opernerfahrungen zu sammeln. Nach dem Uni-Abschluss arbeitete ich in einem Opernchor, wo mir klar wurde, dass nicht nur der Chor, sondern auch Make-up, Kostüme und Regisierten wichtig sind, um in die Oper einzutauchen. Schon früh lebte ich Literatur und sehnte mich nach einer Fantasiewelt und die Oper ist für mich eine Tür zu dieser Welt. Ich möchte der Leiter sein, der die Menschen in die Welt der Fantasie führt. Vielen Dank! Ich singe heute 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 Ich singe heute